Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist es Reiter. Wir sind in Folge Nummer 25 von Voxel Tycoon. Und wie wir sehen, läuft hier gerade was schief. Okay, wir haben den zweiten Zug drin. Der wartet natürlich jetzt hier und der LKW mit den Baumstimmen steht in der Schlange. Das heißt, wir werden ein kleines Problem haben, was wir dann in dieser Folge lösen müssen. Aber das machen wir alles nach dem Intro. Bis gleich! Ja, okay, wir sehen es jetzt ein bisschen besser, weil größer. Jetzt seht ihr, hier unten steht der LKW mit den Baumstimmen in der Schlange von denen. Das bedeutet, jetzt klappt das gar nicht mit dem Fahren. Er kann nicht entladen werden, weil das Fahrzeug hier steht. Wir hatten aber noch einen zweiten LKW hier unterwegs. Aber ich weiß nicht, wo der ist. Fährt er hier lang? Da kommt er. Okay, der hat einen anderen Weg. Jetzt müssen wir nur überlegen, wie das klappen kann. So, der holt zwar jetzt ein paar Stämme hier weg. Fünf, aber dann sind immer noch neun Stück da oder so, ne? Ja, das ist jetzt nicht so prickelnd. Der Sandzug ist wahrscheinlich hier schon. Ja, der steht schon da. Heißt das, wir brauchen einen zweiten Bahnsteig? Könnte sein, ne? Ach, da ist noch ein Wagen gekommen. Okay. Und hier fährt gerade einer hier hinten ja wohin, der gar nicht da hinfahren müsste, ne? Mellerichstadt, Südost, Gefräß-Süd. Gefräß-West, Gefräß-Süd, wo ist das? Gefräß-Anbau, Süd-West. Nord-Ost. Äh, ja. Gefräß-Halt, Gefräß-Abzweig. Süd-Ost, wo ist denn Süd-Ost? West. Anbau. Fährt der denn bitteschön in Nord-West? Hä? Süd-Ost, da ist er. Ach, Mellerichstadt, Süd-Ost, Gefräß-Süd. Wo ist denn bitteschön Gefräß-Süd? Ah, da. Okay, das ist Chaos hoch 10, wie wir sehen. Das bringt uns gerade nicht weiter. Das bedeutet, der Zug, äh, kann wieder fahren. Aktuellen Auftrag überspringen, ja, macht er. Dann kommt erst der Sand-LKW und dann geht's hier weiter. Wir haben eine super Schlange jetzt hier, das hat nicht funktioniert. Er kommt jetzt hier, Mellerichstadt, Süd-Ost. Wie ist denn das jetzt hier? Ja, das ist der, der kann jetzt da sowieso nicht. Das heißt, hier muss der gar nicht mehr hinfahren, sondern bearbeiten, Halt hinzufügen, Halt hinzufügen, diesen Halt, laden, voll, und diesen Halt wegschmeißen. Abzweigladen voll, ja, passt. Und dann bedeutet das hier okay. So, der ist tatsächlich da reingefahren. Kann er sein? So, ich will hoffen. Nee, da bleiben wieder welche stehen. Das ist schlecht. Die bleiben da stehen, das ist jetzt aber nicht schlimm. Ach doch, es kommt aus dem Lager irgendwo was raus. Okay, dann passt's ja doch noch. Ja, jetzt fährt tatsächlich ein Bus weiter. Äh, war das schon immer so, dass hier am Bus auch so dran steht, wie viel da dran ist? Nee, ne? Okay, das hat geklappt. Der lädt hier noch Passagiere ein, acht Stück und fährt weiter. Die kommen da hin, das passt. Und hier ist jetzt alle. So, jetzt müssen wir gucken, wo der zweite Zug ist. Der fährt noch nach da und der steht hier hinten und da hatten wir ja auch Ladeschwierigkeiten, ne? Oder wie war das? Hier, Bretter. Wieso werden da keine Bretter eingeladen? Weil wahrscheinlich da ein Lager fehlt, ne? Ich mach mal ein Lager aus, wenn's geht, für Bretter. Holzbretter. Äh. Kann ich das jetzt irgendwo sehen? Logistik, da. Ja, der Bahnhof ist angeschlossen und das Lagerhaus von Mörderstadt-Süd ist angeschlossen. Aber irgendwie klappt das hier nicht. Das sind doch hier die Bretter, oder? Fahrzeuge können laden, aber nicht entladen. Wieso? Fahrzeuge können entladen. Holzbretter. Ha? Das passt doch hier. Aber wieso wird er nicht reingeladen? Das verstehe ich jetzt noch nicht, ne? Verbundene Gebäude, ja. Wähle ein Artikel zum Lagern aus. Das ist das. Logistik ist klar. Oh Leute, warum geht das nicht? Warum funktioniert das hier jetzt nicht? Kann mir das einer erklären? Der hat doch jetzt hier Bretter geladen, oder? Ne, das war ein Balken. Der wird nicht vollgeladen. Und kein Mensch weiß, warum. Mann. Dann muss ich dieses hier jetzt umbauen, wahrscheinlich. Machen wir das doch erstmal, ne? Ich weiß zwar nicht wie, aber, äh, wieso das so ist, aber, tja, ist halt so. Aber wir brauchen da ne Brücke. Sag ich jetzt nicht, dass es geht da hinterher tatsächlich, ey. Das kann ja jetzt nicht sein, oder? Dann reißt es wieder ab, dann war es verkehrt, das da zu bauen. Ja, möchte ich wirklich abreißen. Und jetzt auf ein neues Förderband. Förderband. Das Förderband. Brücke bauen. Geht da natürlich nicht, ist klar. Förderband. Brücke bauen. Geht da auch nicht. Super. Wie kriegen wir das jetzt da rüber? Dann müssen wir doch den langen Weg nehmen, sonst shit. Müssen wir doch den langen Weg nehmen. Brücke bauen. Ja, dann ist das halt so. Wieso geht das jetzt nicht? Weil wir kein Geld haben? Weil wir kein Geld haben. Na super. Geht das so? Muss wohl, ne? Ja, müssen wir gerade ein bisschen abwarten, bis das Geld fließt, ne? Können wir ja mal hier einen schneller machen. 3.750, nicht genug Geld. Jetzt kommen wir ins Plus. Jetzt kommen wir ins Plus. Jetzt können wir da bauen. Ich weiß nicht, machen wir mal bis da, ne? Und dann müssen wir hier die Endstation basteln. Die so aussehen muss. Wie rotiere ich mit R? Ja. Und Ist erstmal so richtig. Ah ja, jetzt fließt es sogar rein, ne? Aber irgendwo ist was falsch. Irgendwo ist er nicht angeschlossen. Ah, da läuft das Feder, das fließt man falsch rum. Jetzt geht's. Jetzt wollen wir hoffen, dass das das Ergebnis korrigiert. Dass hier Bretter reinkommen und dass dieser hier beladen wird, der Wagen. Ja, wird er. Wunderbar. Zug fährt jetzt. Wir können jetzt hier mal gerade wieder langsamer machen. Jetzt hat das mit den Brettern auch geklappt. Sehr gut. Jetzt stehen die natürlich hier wahrscheinlich irgendwo noch ganz... Ah, der Zug ist tatsächlich mehrfach gefahren. Die stehen da Schlange. Das ist jetzt nicht schlimm. Und hier ist tatsächlich keiner mehr vor. Das hat sich hier selbst zum Glück so ein bisschen aufgelöst. Okay, dann würde ich sagen, läuft das erstmal. Jetzt müssen wir nur gucken, dass der andere Zug kommt. Ah, okay, der muss da warten. Ja. Funktioniert aber erstmal, ne? Das ist schon mal gut. Jetzt haben wir hier schon sieben Nachrichten. Stein haben wir, glaube ich, nicht. Heubach akzeptiert jetzt Bretter. Okay. Heubach Nord. Das heißt, wir haben da kein Ding ins... Heubach hat 834 Einwohner. Das heißt, wir müssen jetzt hier gucken. Kommen wir denn nach Heubach so hingefahren von unserem Zugstation? Wo sind die? Hier. Hier ist die. Das würde bedeuten, wir bauen die hier hin. Ja. Heubach. Können wir das denn überhaupt schon bauen? Das ist die nächste Frage. Ne, Lagerhäuser nicht. Straße. Terminals. Ja, Terminals war es. Und zwar ein Güter-Terminal. Und das würde hier hin kommen. Oder... Da wird es auch noch hingehen. Rotier das mal. Achso, da ist schon ein anderes Land. Oh, das wird aber schwierig hier. Da ist die Bushaltestelle. Ja, das würde bedeuten, wir müssen erst die Straße da ein Stück runter bauen. Lass mal den Bus da gerade erst weg sein. Haben wir noch was hier? Ja, das Holz wird da abgeliefert. Wo ist das Terminal fürs Holz? Sehe ich jetzt auch nicht. Die brauchen da auch noch was anderes. Okay, das hat erstmal gereicht. Terminal jetzt da hin. Ja, wahrscheinlich funktioniert das jetzt nicht. Oder ist es zu teuer? Ist zu teuer. 27.000 haben wir nicht. Okay, dann müssen die mit den Brettern da leider noch warten. Wir gucken mal gerade, was unser Zug hier macht. Der wohin fährt. Boah, Meeresstadt. Hier ist es, oder? Ne. Okay, da war's. Er fährt jetzt da rüber gerade. Hier ist zum Glück alles im grünen Bereich. Kriegt er jetzt noch Sand? 4, 3, 4, 5, 6. Ja, passt. Und die kriegen jetzt auch noch hier was. Okay, der erste Wagen hat. Der zweite Wagen kriegt auch. Hier holt nur keiner die Bretter weg. Das ist unser Problem, ne? Das heißt, wir müssen jetzt schnellstens schauen, welcher Lkw-Bretter durch die Gegend fährt. Damit das optimiert wird. Hier oben. Warte mal. Bretter werden von da geholt oder von da geholt? Ah, vielleicht ist es näher, ne? Bearbeiten. Das ist Mellerichstadt Nord, wo die abliefernde. Genau, das heißt, hier muss Halt hinzufügen machen wir da. Diesen laden. Voll. Und den löschen. Und OK. Dann wollen wir hoffen, dass da zügig einer kommt und das macht. Da ist jetzt auch einer, da voll. Heubach West. Heubach West. Wo ist Heubach West? Ach so, der fährt hier weiter durch. Heubach West ist wo? Nordost. Nord. Transfer. Südost. Ah, hier ist West, mittendrin. Was fährt denn der? Das waren dann noch keine Bretter, die der drauf hatte, oder was? Das sind die Balken, OK. Die sind aber doch auch auf dem Zug drauf, ne? Das heißt, das müssen wir auch bearbeiten. Halt hinzufügen. Diesen hier. Laden. Vollladen. Und... Er kann den Weg nicht finden. Das weg. Und das OK. Und dann ist Fahrzeug wo? Da. Wieso kann der den Weg nicht finden? OK, dann ist irgendwas mit der Straße nicht in Ordnung, oder? OK, das muss nochmal gemacht werden. Jetzt kann er wieder einen Weg finden, weil die Straße nicht zu Ende war, ne? Hammer, oder? OK, auf jeden Fall läuft das jetzt da unten, würde ich hoffen. Wir haben auch noch die weiteren Dingens hier herangenommen. Da ist jetzt einer, der das hoffentlich von dem Zug dann abholt. Die stehen natürlich jetzt alle. Und dem fehlt jetzt ein Holz. Das bedeutet, der kann erstmal wegfahren, weil das keinen Sinn macht. Weil hier schon wieder die Schlange steht. Zug dreht um, fährt weg. Hier fehlen uns dann definitiv Lagerhäuser, ne? Tja. Ist hier nicht ganz so schlimm, weil hier nur die LKWs hinkommen, die Holz holen. Und die stehen jetzt in der Schlange. Aber das ist jetzt nicht so wild. Blöd ist, dass die natürlich da jetzt einmal hin und her fahren mit zu vielen Ladungen wieder, ne? Lass mal einmal schneller machen. So, jetzt fahren die wieder. Ich hoffe, hier kommt jetzt keiner mehr, ne? Weil da stehen schon reichlich. So, der ist schon mal weg. Und der andere ist wahrscheinlich noch nicht da. Und der wird auch nicht den Vorrang vor dem anderen haben, weil der hier oben noch unterwegs ist. Wo fährt er denn hin? Meere statt West. Der kann auch hier hinfahren dann. Bearbeiten. Halt hinzufügen. Halt hinzufügen. Ne. Das war falsch. Halt hinzufügen. Das. Laden. Vollladen. Und den rauslöschen. Und okay. Dann klappt das. So, hier steht natürlich schon da Schlange. Die warten jetzt alle auf den Zug. Der muss jetzt aber kommen, ne? Ja, tut er auch. Der fährt zuerst. Na, super. Naja, aber jetzt fährt er weiter, ja. Der entlädt ja relativ. Okay, da werden Eisenbahnen geholt. Na, zum Glück ist er auch gefahren. Aber leider fährt da jetzt nichts. Das heißt, wir müssen jetzt definitiv hier ein Lagerhaus hinhaben. Und zwar mit dem Ding ins Balken als nächstes. Äh, das war falsch. Ne, oder? Ne, doch. Lagerhäuser. Ja, 33.000. Das dauert noch. Gut. Was wird hier? Wir können entladen. Eisenerz. Ich will da keinen Eisenerz entladen. Da muss gar kein Eisenerz hin, oder doch? Wie kann ich das denn ändern? Gar nicht. Ich will da kein Eisenerz machen. Ist doch voll unlogisch. Wie kann ich das denn ändern? Gar nicht. Hm, wohl nicht. Doof. Du, fahr wieder weg. Okay, jetzt haben wir wieder den Super-GAU hier. Jetzt fahren die LKWs wieder. Aber nicht alle. Jetzt kommt der Sand-LKW wahrscheinlich wieder als erstes, oder? Oh, jetzt wird die Kreuzung hier schon wieder blockiert. Okay, der ist jetzt woanders lang gefahren, tatsächlich. Okay, das passt noch alles. Okay, die fahren da lang. Und jetzt wird da weitergefahren. Jetzt haben wir wieder das Problem, dass keine Bretter da sind. Das heißt, wir machen das diesmal mit dem Fahrzeug hier. Aber ich wollte jetzt das Fahrzeug 18. Achso, doch, hier ist es ja. Da einmal weiterfahren lassen. Und da ist leider auch nichts mehr da. Fahrzeug ist unrentabel, ist klar. Fahr du auch weg. So, jetzt sind wieder ein paar LKWs und der Zug fährt jetzt. So, jetzt kommt der Sandzug daher. Da ist er. Und dann fahren die alle weg. Ich hoffe, die schaffen das auch alle. Nö. Dann fahr du leer. Und du fahr auch leer. Geht halt nicht anders. 6.000 haben wir nur. Jetzt müssen wir Geld machen, sozusagen. Naja, aber ich würde sagen, wir machen erst wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abonnenten habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer jetzt das nächste Video hochladet. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Ja, da wisst ihr Bescheid, ne? Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.